Okay und damit sind wir schon beim Schlagwort DAX. Soll ich jetzt den DAX kaufen? Was halte ich von einer Investition in den DAX? DAX, DAX, DAX. Ja hallo Leute, Aktien jetzt nachkaufen? Ja oder nein? Und wenn ja, mit wie viel Prozent, wie viel von meinem Kapital soll ich reingeben und so weiter und so weiter. Hier mal ganz kurz mein Statement. Ja meine Meinung, die ich hier mal ins Internet ablasse, weil es muss einfach sein und ich habe in letzter Zeit sehr sehr viele Live-Webinare. Man hat ja auch teilweise etwas mehr Zeit, aber ich habe wirklich jeden Abend vier bis fünf Stunden mir die unterschiedlichsten Kanäle reingezogen. Ja, Finanz plus Aktien mit Kopf, Investment Punk, Börsenpunk, sämtliche Magazine, Börsengurus, Dirk Müller, Dr. Krall, Florian Horn, alles was es da draußen gibt. Ja und teilweise wirklich mit Kopfschmerzen ins Bett gegangen. Also ich habe bestimmt drei vier Nächte nicht so besonders gut geschlafen, weil ich wahrscheinlich einen Internet-Smog hatte oder sowas. Ja, irgendwie zu viel bestrahlt worden bin vom Internet oder vom WLAN. Ich weiß es nicht. Einfach zu viel Shit im Kopf. Ja, also ich habe es wahrscheinlich etwas über... Overdid it a little bit. Ja. Aber hier mal ganz kurz meine Meinung, was mir wirklich aufgefallen ist und ich schätze alle diese Profis sehr. Ja, ich würde mal davon ausgehen, dass 95% dieser Leute wahrscheinlich sogar, ja irgendwie erfolgreicher sind wie ich oder mehr Geld haben oder mal mehr Geld hatten oder mehr Geld haben werden oder was auch immer. Aber eines ist mir wirklich sehr, sehr stark aufgefallen und zwar, dass durch die Bank wirklich niemand tatsächlich abschätzen kann, was diese Krise mit dem Shutdowns der kompletten Weltwirtschaft, ja mit diesem externen Schock. Ja, wir hatten noch nie so einen externen Schock von diesem Ausmaß. Alle Wirtschaftskrisen, die wir sozusagen in den letzten 100 Jahren hatten, man immer basiert auf irgendwelche wirtschaftlichen Dinge. Ja, Banken haben es nicht richtig gemacht oder dies oder das oder jenes. Aber niemals so einen Virus, so eine Attacke sozusagen auch biologischer Art, die eine komplette Weltwirtschaft mal geshuttaunt hat. Und man hat es auch, es hat sich wieder gespiegelt in der Schnelligkeit, wie dieser Crash stattgefunden hat. Also es gab noch nie diese Schnelligkeit an Crash. Ja, es gab schon mal schlimmere Crash, aber der Crash ist ja noch nicht vorbei. Davon gehe ich mal stark aus. Und diese Schnelligkeit, ja, und das wirklich niemand absehen kann. Also ich habe auch ein paar Kontakte, ja. Was es für Auswirkungen noch haben kann, wenn jetzt New York City, New York City wird jetzt doch verriegelt, nachdem sie sich zwei Wochen lang gestritten haben, ob sie New York City abriegeln wollte oder nicht, haben sich jetzt letztendlich entschieden. Allein das könnte schon wieder die Börsen zum Absturz bringen. Ich meine Freitag, Donnerstagabend, Freitag haben sie wieder zehn Prozent korrigiert nach unten. Das ist aber alles Popelkram, meiner Meinung nach. Und können die Börsen, also ich nehme jetzt immer mal wieder den DAX, weil jeder den DAX irgendwie im Kopf hat, ja. Okay, und damit sind wir schon beim Schlagwort DAX. Ja, es war wurscht, welchen Indizier du nimmst. Nur mal so viel. Kann der DAX auf 3.800 Punkte fallen? Ja, natürlich kann er auf 3.800 Punkte fallen. Er kann auch auf 2.000 Punkte fallen, ja. Ich glaube, bei der Finanzkrise war er, glaube ich, auf 3.000 Punkte oder irgendwie sowas. Das ist überhaupt kein Thema. 1.000 Punkte ist ja nichts mehr. Ja, null. Ja, das geht in einem Tag. Ja, eventuell rauf und runter. In beide Richtungen. Und von daher auch sehr, sehr vorsichtig sein mit irgendwelchen kurzfristigen Geschichten, mit den ganzen Stops und so weiter, dann fliegst du sowieso wieder raus. Du musst schon ganz genau wissen, was du tust. Und was längerfristige Investments betrifft, und darum geht auch dieses Video, ist mir sehr stark aufgefallen. Und das ist wirklich ein Indiz für alle da draußen, die sozusagen keine Finanzexperten sind. Ja, und die, all die, die ich jetzt gerade genannt habe, sind super Finanzexperten. Die haben alle jahrzehntelang an der Börse irgendwas gemacht oder hatten Hedgefonds oder hatten studiert oder haben jahrelang in irgendwelchen Banken oder sonst was gearbeitet und so weiter und so weiter und so weiter. Aber was mir sehr stark aufgefallen ist, dass diejenigen, die jetzt immer schon wieder investieren, ja, sagen wir mal, ich gehe jetzt in Tranchen rein und das sind alles gute Tipps. Es kann natürlich sein, dass die Prognosen, die getroffen wurden, dass die Realität noch schlechter ist als diese Prognosen. Und dann können die Kurse auch weiter fallen. Aber das Wichtigste ist nicht, den Tiefpunkt zu erwischen. Also das Wichtigste beim Investieren, weil das werdet ihr nicht schaffen, denn das Wichtigste ist, wenn der Aktienmarkt so eine V ist, ja, der kracht so ein und dann springt der wieder hoch, so wie wir es jetzt gerade in der letzten Woche gesehen haben, ja, hat so ein kleines V gemacht, kann es trotzdem wieder runtergehen und sogar noch weiter runtergehen. Das Wichtigste ist aber nicht, beim Tiefpunkt zu investieren, sondern das Wichtigste ist, dabei zu sein, wenn die Kurse wieder hochgehen. Und auch wenn das bedeutet, dass es zwischenzeitlich wieder weiter nach unten geht. Wenn das eine normale Korrektur wäre oder ein sozusagen ein normaler Crash, ein normaler Finanzcrash, ja, dann sind das alles Top-Tipps, ja. Und das sind auch alles Top-Tipps für diesen Crash, für Leute, die mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit, ja, einen geregelten Cashflow, sprich weitere Einnahmen zu erwarten haben. Das heißt, wenn dein Erwartungswert größer gleich 80, 90, 95 Prozent ist, dass du das, was du jetzt einnimmst an neuem, frischem Geld jeden Monat, jeden Tag, jede Woche, du auch noch in den nächsten folgenden Monaten, und ich rede jetzt von 2, 4, 5, 6, 7, 12, 24 Monaten, solange diese Rezession Minimum dauern wird, die dann danach noch folgt, ja. Das wird nicht so schnell wieder sich einfach, wir machen jetzt wieder alles auf und dann ist die Auferstehung wie der Phoenix aus der Asche. Das geht ja jetzt erst noch los, ja, und zeitversetzt. Meine Nichte sitzt jetzt gerade in Australien fest. Die fangen jetzt erst an, langsam sich einzuschränken. Der Lockdown, ja, hat dort noch nicht mal begonnen, ja. Die war zuerst in Bali, wollte eigentlich über die Osterferien ihren Freund, der macht dann Freiwilliges Jahr und so weiter und so weiter. Long Story, short, ja, interessiert keinen Menschen eigentlich. Aber meine Nichte, die konnte sich noch bis vor 2, 3 Tagen noch frei dort bewegen. Und jetzt erst haben sie ihren Touristenbus da gecancelt und die Touren und ein paar Freizeitparks und Museen und so weiter. Das haben die erst vor 2, 3, 4, 5 Tagen oder sowas ging es erst langsam los. Ist ja ein großes Land. Das heißt, es sind dann auch ganz viele andere Länder, wo noch gar nichts passiert ist, ja. Die aber jetzt erst alle erst kommen. Ja, Indien, glaube ich, auch so ein Land. Also das Ziel zu sagen, ich möchte unbedingt am unten, am V investieren, ja, oder am L. Mir schreibt hier gerade jemand in den Chat, das kann auch L-Form sein, ja. Also es fällt runter und bleibt dann erst mal flat, ja. Das ist so, ja, das ist, das werdet ihr nicht schaffen. Von daher macht es Sinn, wie ich das ja, by the way, auch gemacht habe, ist so regelmäßig kleine Tranchen zu investieren, ja. Und das, dass ich jetzt sage, okay, ich gehe jetzt in Tranchen mit meinem Geld rein und so weiter, das ist alles richtig, aber nur, wenn ich wirklich, wirklich, wirklich sicher weiß, dass ich das Gleiche oder vielleicht sogar mehr von der Krise profitiere, mein Cashflow-System, was auch immer, wo auch immer mein Einkommen herkommt, ja. Aber wenn dem eben nicht so ist, und wenn ich jetzt mal einen Kanal habe mit 150.000 Followern oder 300.000 Followern, dann kann ich davon ausgehen, dass ein großer Prozentsatz von denen eben nicht diese garantierten Cashflows in den nächsten Wochen, Monaten haben werden. Und ich als sozusagen Kanalbesitzer, ja, oder sozusagen Repräsentant, der also dort spricht, in den YouTube-Videos zum Beispiel, sozusagen, ja, während ich dort spreche, ja, mit dem Video verdiene, weil ein Kanal mit 200.000, 300.000 Followern verdient ungefähr, ja, ich würde mal sagen, ein Finanzkanal verdient locker 3.000, 4.000, 5.000 Euro, allein an YouTube-Werbung im Monat, ja. Ja, vielleicht ein bisschen hochgerechnet, aber es kommt drauf an und dann noch die ganzen Affiliate-Links und so weiter. Das heißt, er verdient mal locker 50.000, allein nur dadurch, dass er die Videos macht, die gerade, in denen er gerade sagt, Leute, geht in Tranchen rein, ja. Also indem ihr ihm zuhört, verdient er währenddessen Geld, mit dem er diese Dinge umsetzen kann, ja. Ja, das muss ich mal ganz kurz bewusst machen, als Zuhörer und als Follower und so weiter, ne. Ich bin ja genauso Follower wie auch YouTuber, wie auch ganz, ganz viele anderen kleineren Leute. Mein Name ist Thomas Klein, also ich gehöre auch zu den kleineren Leuten, ja. Nebenbei-Scherz. Auf jeden Fall, es ist ein extrem, es ist ein essentieller Punkt. Bitte darüber nachdenken, ja. Mit Köpfchen jetzt agieren. Denn das könnte der größte Crash sein des Jahrhunderts oder noch werden, ja. Und wenn ihr dann euer ganzes Pulver, wenn ihr überhaupt welches habt, verschossen habt, zum falschen Zeitpunkt, dann ist echt scheiße, Leute. Ja. Weil dann hängt der drin und dann müsst ihr vielleicht sogar eventuell zusehen, wie ihr keine Kohle habt. Und es hängt dann irgendwelche Investments drin, weil ihr zu früh euer Pulver verschossen habt, ja. Und, ähm, wenn es ganz dumm läuft, müsst ihr die Aktien vorzeitig wieder verkaufen, weil ihr irgendwie Kohle braucht. Weil ihr in Kurzarbeit steckt. Weil ihr, was weiß ich, eure Miete nicht mehr bezahlen könnt und die Stundung nicht richtig läuft. Etc, etc, etc. 5.000 Sachen kommen da auf euch zu. Ja. Was weiß ich. Wenn ihr selbstständig seid, ja, alle möglichen Verpflichtungen, Nebenkosten, laufende Kosten. Ihr wollt ihr euer Business nicht einfach mal kurz eben Shutdownen, ja. So läuft das nicht. So einfach. Und selbst wenn wir irgendwie Helikoptergeld bekommen, irgendwie ein Tausender, was ist das schon? Was will ich damit? Ja. Wie lange läuft mein Business mit ein Tausender Helikoptergeld? Wie das eigentlich logistisch und praktisch dann alles umgesetzt werden soll, das ist ja noch, da werden wir mal sehen, ja. So toll wie das bei uns teilweise läuft. Mit den Hilfsmaßnahmen der Vergangenheit und überhaupt. Also das ist wirklich entscheidend. Ich muss dieses Video hier leider raushauen. Sorry Leute. Die 10 Minuten sind jetzt auch rum. Ich versuche es immer nicht zu lange zu halten, dass die Leute auch sozusagen dranbleiben bis zum Schluss. Und wenn ich wieder einen Daumen runter gebe, ja, weil es irgendwie zu langweilig war oder sonst was. Aber das ist wirklich entscheidend, Leute. Also ich hoffe, dass einige Leute dieses Video sehen werden. Und ich rede jetzt nicht, bitte nicht von denjenigen, ja, die konstante Cashflows haben. Ich habe letzte Woche einen neuen Kunden, hat sich bei mir gemeldet, habe ich unter Vertrag genommen. Wir haben uns geeinigt. Es ging alles ruck, ruck, zuck, ja. Er sieht die Krise auch als Chance, supergeil, ja, toll. Einfach so einen Kunden, den hat man gerne, ja, der jetzt einfach nicht sozusagen, ähm, sondern Gas gibt. Aber, ähm, der Vertrag geht jetzt nur einen Monat. Was ich normalerweise nie mache, einen Monatsvertrag. Das ist fast schon Harakiri. Also ich habe jetzt einen Monat Zeit, ja, mich bei ihm zu beweisen, ja. Maximal sechs Wochen. Ich habe da noch ein bisschen was verhandelt. Aber, ja. Weil diese Unsicherheit da ist. Weil niemand kann wissen, keine Firma, kein CEO, niemand kann wissen, was in vier Wochen ist, was in acht Wochen ist. Das kann noch so massiv schlechter werden. Und dann schaut euch mal den DAX oder den S&P 500 oder den Nasdaq oder den Hongkong, Zen oder wie die alle heißen. Das ist wirklich schnulli, ja. Ja, ich rede halt immer vom DAX, weil sich einfach die meisten Deutschen damit identifizieren können. Würde ich jetzt hier ein englisches Video machen, würde in England sitzen, ja. Dann würde ich den Fuzzi natürlich von dem die ganze Zeit reden, ja. Also von daher, deswegen rede ich immer vom DAX, ja. Nicht, weil ich irgendwie, ähm, sag, ja, das ist der wichtigste Indizier der Welt. Uff, von wegen, gar, überhaupt gar nicht, ja. Aber wenn ihr euch jetzt damals anschaut, jetzt sind wir irgendwie raufgelaufen auf neuneinhalb, also zwischen 9400 Punkte und 10200 Punkte oder sowas. Das ist ja fast wieder das Niveau von 2016, also Leute, das ist ja, wenn jetzt der Crash vorbei wäre, dann wäre quasi gar kein Crash, hätte fast kein Crash stattgefunden, ja. Ja, das ist ja, das kann ja gar nicht sein, ja, bei dem, was jetzt noch alles auf uns zukommt. Also dann schaut euch mal das Chance-Risiko-Verhältnis an. Und wenn ich sage, das Chance-Risiko-Verhältnis steht im Verhältnis, mal ganz gut gerechnet, 1 zu 3, dass wir jetzt hier einen Boden bilden, eine Chance, also sagen wir mal 25%, 30% ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen Boden bilden und 70% oder 60% ist die Wahrscheinlichkeit, dass es nochmal runter geht. Und dann, wenn es runter geht, um wie viele Punkte geht es dann runter, theoretisch, und wenn es, wenn es eine Bodenbildung ist, um wie viele Punkte geht es dann rauf, theoretisch, den Faktor auch noch mit rein betrachtest, ja Leute, da muss ich doch jetzt nicht hier massiv anfangen, Aktien zu kaufen, ja. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Indizes oder die Märkte, die Indizes repräsentieren die Märkte, in welche Richtung, wie weit läuft. Selbst wenn alles super laufen würde, dann geht der DAX vielleicht nochmal 1000 Punkte rauf, ja. Wenn aber, wenn es sich aber alles wieder verschlimmert und wir kriegen hier eine zweite Welle, dann geht der DAX eventuell 2000, 3000 Punkte, 4000 Punkte runter. Und wenn diese Wahrscheinlichkeit sogar noch höher ist, ja, und das Abwärtspotenzial auch noch größer, ja, dann muss ich doch jetzt nicht mit Aktien anfangen. Ja, ich verstehe das, zwei, drei Jahre, fünf Jahre, da sind die Aktien dann wieder oben alle. Aber trotzdem, wenn ich in den Supermarkt gehe und ich sehe zwei zum Preis von einem und ich weiß mit einer 70%igen Wahrscheinlichkeit, morgen gibt es drei zum Preis von einem, ja, dann kaufe ich doch heute nicht den ganzen Regal leer, das ganze Regal leer, oder? Auch das sollte man sich mal bei Value Investing durch den Kopf gehen lassen. Und damit möchte ich mal das Video beenden, bin fast schon wieder emotional geworden heute. Und ich finde dieses, dieses komische Anschlussding für meine große Kamera, finde ich nicht. Habe ich irgendwie verschlampt in der ganzen Aufregung der letzten Tage. Von daher muss ich immer dieses Handy hier nehmen, ich hoffe vom Ton her passt. Bis zum nächsten Mal, euer Thomas Klein. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.